Christine Chenoweth und ihr Ehemann Josh Bryant feiern im September ihren ersten Hochzeitstag. In der Talkshow The View verrät die Schauspielerin ihre süße und lustige Kennenlerngeschichte. Das Paar trifft sich 2016 auf der Hochzeit von Christines Nichte. Mit einem altmodischen Spruch wickelt der Musiker die Broadway-Darstellerin um den Finger. Ich möchte um deine Gunst werben, sagt er zu ihr. Christine nimmt es mit Humor und fragt, bist du aus dem Jahr 1935? Josh umwirbt sie weiter und besucht ihr Event in North Carolina. Anschließend lädt er sie zum Essen ein und sie erliegt seinem Charme im Waffle House. 2018 beginnen die beiden zu daten, drei Jahre später folgt die Verlobung. Im vergangenen Jahr geben sich die Sängerin und der Musiker schließlich das Ja-Wort. Als selbsternannte Bachelorette hatte Christine eigentlich nie vor zu heiraten, doch Josh ändert ihre Meinung. Ich bin so gesegnet, schwärmt sie. Der Altersunterschied von 14 Jahren stellt für die Musical-Darstellerin kein Problem dar. Trotz des Altersunterschieds harmonieren die beiden perfekt. Alter ist nur eine Zahl, erklärt Christine in der Talkshow. Vor Josh war Christine von 1998 bis 2001 mit Mark Kudisch verlobt. Zwei Jahre nach der Trennung ergattert sie die Rolle der Glinda im Musical Wicked. Jetzt zählt nur noch ihr gemeinsames Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017